Moinere Leute, ihr habt mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Video und Thema dieses Videos werden nochmal Thumbs sein aus dem Stream. Und zwar habe ich ja gesagt, falls ich es schaffen sollte und Goku aus den Tickets pulle 55%, dann verspreche ich euch eine Rotation on Stream. Die haben wir gemacht, meine Begeisterung war eigentlich nicht wirklich da, weil ich hatte keinen Bock auf eine Rotation, aber seht selber was dabei rumkam. Ich wünsche euch allen eine sehr, sehr frohe Ostern, tut mir leid, dass heute ein doch schon kleineres Video kommt, nichts Größeres. Morgen sollten V-Jump-Leaks kommen, da sie heute nicht gekommen sind. Das bedeutet, wir werden wahrscheinlich das Thema von der Golden Week Celebration bekommen. Ich bin sehr, sehr gespannt, könnt mir gerne eure Predictions reinschreiben. Momentan ist hier so das Gerücht von Android Zellsager. Ich bin da noch ein bisschen strutzig, ich weiß es noch nicht. Ich lasse mich gerne überraschen morgen und ich hoffe, wir werden einen Banger sehen in den V-Jump-Scans. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend, feiert noch schön mit der Familie und dann sehen wir uns morgen bei einem richtigen Video wieder. Ciao, ciao, haut da rein, rüh! Also, wir machen das gleiche wie schon bei meinen Ticket-Sums. Ich musste erst einmal Friends-Sum machen. Danke dir, Editor. Mal gucken, was passiert. Ich sag, Tech-Charnember kommt. Rotation, yes, ja. Ich habe euch ja gesagt, wenn ich ihn ziehen sollte, mache ich eine Rotation noch. So, jetzt am PC hier sollte es besser sein mit 700. Ööö, Cube, jetzt geht's aber los. Jetzt kommt der Flex. Aber für Videl warst du hyped? Für Videl war ich hyped? Ja, 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 richtig, Volsha. Für die war ich hyped. Okay, auf geht's, los geht's. Oh, man, bitte nicht. Also, ich sag euch ehrlich, ich kann momentan effektiv nur den Goku und einen Tech-Charnember gebrauchen. Das war's, alles andere ist Rainbow. Overdupes nehme ich aber an, einfach weil ich jetzt vorab, die Overdupes ja aufzumachen für Chain Battle. Gut, auf geht's. Abfahrt. Mal schauen, was passiert. Oh je, oh je. Was sagt ihr, was kommt? Back-to-back-Send, oh, schön wär's. Ich hätte hier sehr ein God-Animation gefunden. Piccolo. Go, Bros. Kann gut sein. Go, Bros. würde ich auch annehmen. Ich glaube, ich habe keinen Overdupe von denen. Martin, Bubu, Kolo. Android 16. Android 17, okay. Okay, Mercenary Tau, beruhigen Sie sich. Okay, Supreme Court of Time, auch in Ordnung. Peace out. Das ist der erste Overdupe für Bojack. Oh gut, warum nicht? Nämlich an. Nimmt man mit, dezent. Und Overdupe Hellfighter, aber ich weiß gar nicht, wie viel der Overdupe von Hellfighter. Das weiß ich nicht. Gut, da habt ihr eure Rotation. Mayday. Ja, ich sehe schon, Voyager. Du wirst wahrscheinlich Glück haben. Okay, Schmutz. Okay, doch nicht so Schmutz. Welchen Overdupe gibt's jetzt? Hey, Matrose. Hola, Kokkirce. Wie geht's euch stets? Ich habe Messi gezogen. Tech Chanemba, okay. Würde ich annehmen. Und Goku? Okay, erster Duke Chanemba, kann ich mitleben. Das, damit bin ich fein. Damit bin ich fein. Auch wenn, also hinter, du kannst dich mal. Bitte noch was Gutes als letzten SSR, maybe? Naja, okay, ich brauche nicht. Ahoi, Matrose. Hola, Kokkirce. Wie geht's dir in der Animation? Ey, siehst du, der AP hat sich gelohnt. GZ, sehr schön. Gut. Letzter Stone Multi. Dann können wir immerhin sagen, die Rotation hat sich wenigstens gelohnt für mich. Bitte was? Ahoi. Hm, ich sage euch doch, 55% ist shit. So. Erholzki. Jo, 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 okay. Insane Rotation. Ja, man. Geil. Insane Rotation, fühle ich. Und wir haben noch ein Free Multi und Tickets. Aber davon erwarte ich nichts. Extrem gut. Bojack gut. Nehme ich aber halt einfach mal mit als Overduke. Für ihn, irgendwann brauche ich das als Chain Battle, ist mal ehrlich. Hey, ist das? Kuss, Daniel. Oh mein, oha. Okay, erster Bardock Overduke nehme ich auch mit. Chain Battle, ihr wisst Bescheid. Okay. 69%. Idees, wurde Idees. Okay, okay. Schlaganfall. Beschreib es ziemlich gut, der ist ja, Daumen hoch. So sieht's aus. Bei meinem Grüßen hast du die Mehrzahl gelesen, also mindestens eine Zeit. Nein, hey, warte mal. Nein, cubes. Also, halt, stopp, so nicht. Auch wenn man, also wäre ich jetzt ein Vale, würde ich sagen, jetzt läuft's richtig gut. Ich sollte das machen. Aber, I guess I take it. I guess I take it. Was ist das? Ich hoffe, ihr habt so gut, das lag bei Anniversary. Ich weiß auch nicht. Heute ist einfach der Tag für Goku. Heute ist einfach the day of the day für Goku. Ja, warum nicht Kredin? Auch so ein kleiner Mähn. Kamehame. Kamehame. Geht das nicht gut? 99, also, ja, nee, nee, nee. Warte, meine Stones sind mir schon noch wichtig für Anniversary. Das wusste nicht. Okay, der ist nicht gut. Roter? Nein, nein, das S hast du da an die falsche Stelle gesetzt. Eindeutig Cube. All right, erwarte mal, der ist nicht. Ich habe so viel Spaß. Moin, moin, Kel. Nehmt doch die Tickets auf bis zum nächsten Freitag. Das wäre quasi eine Option, heißen. Aber ich würde gerne, ich würde das gerne noch als Video verpacken. Und Singles sind eigentlich relativ gut. Die ziehen, ich streng das nochmal auf die 5 Minuten. Okay, eben cooler. Ich hatte aber ein Castons, du hast gar nichts gehört, Voyager. Na, halt, stopp, nein. Ein Cube ist in Ordnung. Damit kann ich ihn jetzt wenigstens ein bisschen spielen, I guess. Ja. Und Red Zone kann ich ihn da mitnehmen.